Hallihallo Löchen und mit diesem wunderschönen Anblick geht es auch wieder weiter hier in Let's Play Attack of the Bee Team. Ich habe immer vergessen, dass ihr hier da seid. Diese komischen großen Knochen. Hier unten ging es lang. Ich bin so langsamer als Fledermaus. Ich will schneller sein. Kann ich hier... War das hier der richtige Weg? Offensichtlich nicht. Okay. Dann... Nein, geht weg von mir. Dann muss ich wahrscheinlich unten rumfliegen. Ah, okay. Da ist schon das Ganze. Äh... Holen wir uns einfach mal hier einen Weg rein. Jo. Habe ich hier eigentlich schon... Okay, ich hätte auch einfach da reingehen können. Ja, schön. Hast du mir einen Knochen da gelassen? Natürlich nicht. Aua. Noch einer von euch. Habe ich hier eigentlich... Ja, ich habe Lifesteal drauf. Ich hätte gerne mehr Lifesteal. Ich weiß gar nicht, ob ich schon Nether... Nether Watson mit dabei habe. Ich weiß. Ich habe kein... Ich... Ich habe keine Schaufel dabei. Aber wenigstens kann ich so stehen und bin dann doch ein bisschen schneller beim Abbauen. Irgendwie halt noch mal irgendwas mit. Hm, Blaze. Blaze, 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 Blaze. Irgendwo ein Blaze-Spawner. Ich weiß es nicht mehr. Blaze. Blaze, da vorne ist eine Blaze. Hm. Hast einen schönen Hut. Den will ich. Wobei ich hier normalerweise nie Hüte aufsetze. Wieso sind hier so viele Blaze? Und ja, ich habe vergessen, dass ich mich auch in eine Blaze verwandeln hätte können, um meinen Feuerschaden... von dem Laser zu entfliehen, sozusagen. Ja, das habe ich vergessen. Entschuldigung. Jo, ich glaube hier in den ganzen Kisten haben wir schon geschaut, ob hier irgendwas ist. Hm. Ist hier irgendwas Interessantes? Nein. Okay. Das ist... eher weniger schön. Hier muss es doch irgendwo einen Blaze-Spawner geben. Ich habe doch hier bestimmt irgendwo einen Blaze-Spawner gefunden. Und vergessen mir... zu markieren, wo der ist. Wobei, ich habe hier eine Markierung auf der Karte. Ich dachte, das wäre eigentlich nur... Was machst du hier drin? Ich habe gedacht, es war hier eigentlich nur von der wunderschönen Festung. Aber es kann sein, dass ich damit gemeint habe, hey, da oben steht ein Blaze-Spawner. Werden wir gleich mal sehen. Hm. Die Festung ist doch größer, als ich gedacht habe. Jo, ist hier oben irgendwas? Irgendwas? Irgendwie? Irgendwo? Leuchtende Mushrooms. Ja. Die werde ich bestimmt nicht essen. Okay. Na, habe ich mir jetzt irgendwie mehr davon erhofft? Nee. Jetzt stecke ich wieder in der Decke fest. Hilfe. Wieso hat es jetzt auf einmal kurz geruckelt? Wieso hat es geruckelt? Nein, ich will nicht, dass es geruckelt. Äh. Nach unten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Ja, Garst. Wenn du die ganze Zeit hier nervst, seit draußen hilft mir das eigentlich weniger. Sag mir lieber, wo ich Blaze finde. Jo. Wieder noch. Däh. Hier irgendwo. Blaze. Da ist noch eine Küste. Wieder miteinander warzen. Ich glaube, hier war ich gerade. Äh. Dann schauen wir doch mal hier nach unten. Ist hier noch irgendwas interessantes. Sind hier noch irgendwo Blaze? Hm. Na, komm ich nur da hier. Äh. Hier raus. Habe ich hier auf der Karte noch. Ich habe hier noch eine Netherfestung. Vielleicht habe ich bei dir mehr Glück. Jo. Diese Wolken. Diese wunderschönen Wolken. Äh. Jo. Dann fliegen wir doch mal in diese Richtung. Jo. Und. Ihr macht Feuerschaden, oder? Nein. Nicht. Okay. Aber du machst Feuerschaden. Das will ich gar nicht ausprobieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hm. Bin ich schon wieder zu hoch? Wahrscheinlich. Dann bleiben wir mal auf dieser Höhe. Und. Genau. Äh. Fliegen Richtung Festung. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Okay. Wir sind gleich da. Kann ich hier irgendwo eine Abkürzung nehmen? Hm. Ah. Das ist so schön, dass man fliegen kann. In den Mod Packs. Ich kenne glaube ich kein größeres Mod Pack. Das einem nicht die Möglichkeit gibt. Äh. Zu fliegen. Klar ist es bei manchen Packs oder Mods. Äh. Schwieriger zu erreichen. Bei manchen ziemlich einfach. Bei diesem Pack hier ist es. Sehr einfach. Aber ich will mich darüber nicht beschweren. Wer hat dich hier so einfach hingeklatscht? Das ist doch sinnlos. Ich war hier auf jeden Fall schon mal, weil ich hier abgeglast hab. Die Netherwarzen. Ähm. War das hier die erste Festung, in der ich war? Ich weiß es gar nicht. Ähm. Ich finde hier irgendwas, irgendwas schönes. Keine Blaze. Es musste hier irgendwo ein Blaze-Spawner sein. Naja, aber die Festung geht ja noch ein bisschen weiter. Schauen wir doch einfach mal in diese Richtung. Äh. Nichts. Natürlich. Wie schaut es denn dann aus mit einer anderen Richtung? War ich hier jetzt schon? Also, ich war bestimmt auf jeden Fall schon mal in dieser Festung. Aber war ich in dieser wunderschönen Richtung unterwegs? Na. Äh. Okay. Wie schaut es denn sonst noch aus? Ich muss hier irgendwo irgendwo... Hm. Ich will doch nur Blaze finden. Wenn ich hier jetzt nach oben gehe, habe ich da vielleicht ein bisschen Glück. Das ist auf jeden Fall ein neuer Abschnitt sozusagen. Hier könnte ich wieder nach unten gehen. Nur ob mir das irgendwas bringt? Nein. Hm. Hier geht es noch da ein bisschen weiter. Hier muss doch irgendwo Blaze sein. Irgendwo muss doch hier so ein blöder Blaze-Spawner sein. Es gibt es doch nicht, dass hier zwei Festungen ohne Blaze-Spawner sind. Ich könnte natürlich auch einfach mal eines von den alten Videos anschauen, wo ich hier Blaze gefunden habe. Ob da ein Blaze-Spawner war oder nicht. Wenn ich mich eigentlich in euch verwandle, habe ich dann keinen Wither-Effekt mehr? Ich glaube, das habe ich schon mal versucht, aber ich habe noch nicht geschafft. Uh. Wieso habe ich so viel Hunger? Darauf habe ich jetzt natürlich nicht geachtet. Also, ich kann mich hier in diese beiden Dinge verwandeln. Ich weiß nur nicht, wie ich hier rüber wechsle. Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Ähm. Irgendeine Taste. Setzen wir uns doch mal so einen schönen Hut auf. Äh, den ich jetzt natürlich nicht sehe. Weil ich verwandelt bin. Ich will jetzt da aber auch nicht wirklich mich zurückverwandeln. Während ich hier bin. Äh, hier geht es weiter. In den wunderschönen Berg. Was habe ich mir da? Blaze-Spawner. Ich habe es mir markiert. Äh. Und hier ist auch noch einer. Hehehe. Kommt Blaze-Spawned. Spawned. Ich hätte natürlich schon von Anfang an auf meine Markierungen achten sollen. Aber das wäre zu einfach gewesen. Hehehe. Kommt. Braucht Blaze-Spawned. Spawned. Danke. Auch wenn es nur eine ist. Brauch mehr. Spawned mehr. Nun, wo ist denn der andere? Vielleicht funktioniert er besser. Oder du gibst mir jetzt einfach mal Blaze. Hopp. Hopp. Ja. Mitten ins Gesicht rein. Äh. Ich habe eine Necrotic Bone bekommen von den ganzen. Es hat sich natürlich gelohnt. Aber lieber einer als keiner. Ich will auch hier gerne mal sehen, wie ich an den anderen Blaze-Spawner komme. Witherkopf. Okay. Du solltest hier sein, in diesem wunderschönen Gebiet. Ich höre auch schon irgendwas Blaze-Technisches. Oder einfach nur jemanden mit Asthma. Da sind sie. Aber der ist doch kein Spawner. Ach. Da oben. Okay. Ja. Du gehst doch ein bisschen besser. Als dein Kollege unten. Vier. Vier. Wieso macht ihr hier die ganze Zeit irgendwas mit Feuer? Das ist doch ungünstig. Da verbrennen sich doch die Leute da dran. Mach doch so einen Mist nicht. Sagte der mit dem Feuerschwert. So. Weiter geht es aber auch in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss.